Wer war jetzt dran? Na du, weil ich doch in der letzten Saison geschrien habe zu anfangen. Achso, ja. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Blackwake. Und ich bin Captain dieses Schiffes dieses Mal. Oh echt? Ja. Ich hab dich nicht mal gewählt. Ich glaube, ich darf dich immer nicht wählen. Es war auch kein anderer aufgestellt. Lalalalalal. Ich pumpe es mal. Kann ich pumpen? Jetzt pumpe ich. Ah. Ups, ich hab Cap aktiviert. Das ist natürlich toll. Okay. Okay, alle Kanonen laden, alles bereit machen. Die Seeteufel, du bist ja langweilig. Ja, Entschuldigung. Hätte er die Seegurke genommen oder so. Kanonendeck geladen. Ist Max denn bei uns im Schiff? Weiß ich nicht. Nee, Max ist gar nicht da. Max ist vom Server gegangen scheinbar. Wir versuchen so ein bisschen Inselslalom zu machen. Also ruhig für beide Seiten bereit halten. Wir sind alle geladen hier. Ich geh mal nach vorne. Wie hübsch, ne? Ja, toll, ne? Was? A player wants to kick Sir Barrett's. Was? Steht da. You use the scoreboard to vote. Links ist die Garina. Ja, links ist er bereit machen. Links ist er bereit machen. Müsste schon treffbar sein. Ich kann nicht so weit rüber, sonst komme ich gegen die Insel. Okay. Aber gleich ist soweit. Jetzt. Oh, wir haben alle getroffen, Junge. Ich hab sogar einen kaputt gekloppt, Junge. Die haben jetzt Stress im Geschäft. Oh nein, sag nicht, es gibt Sandbänke. Dann raste ich jetzt aus. Für mich, aber die Hitboxen der Insel sind ziemlich großzügig. Ach, wie zu hoch. Warum, warum werde ich denn jetzt in die Richtung gedrückt, wo ich nicht mal hinlenke? Weil von hinten uns ein Navy-Schiff rammt. Ah, okay. Das Navy-Schiff. Tumy, Loth. Ah. So. Himmel, oh Gott. So, linke Seite breithalten. Peng. Oh, der trifft ganz genau. Ja, ich weiß ja auch, wie man zielt. Und Fire at Will, linke Seite, sobald geladen. Na ja, wir müssen auch ein bisschen für Löcher achten. Ja, Löcher hier, Löcher da, das ist alles wunderbar. Oh. Äh, Surprise am Deck wäre cool. Surprise am Deck wäre cool. Dankeschön. Dankeschön. Habt ihr das letzte Loch. Schießt da gleich nochmal drauf? Oh, diesmal hab ich gemisst. Achtung, wir fangen gleich hinter die Insel, jetzt nicht mehr Feuer an. Ich lass mal kurz den Kollegen vorbei. Ich lass mal kurz den Kollegen vorbei. Das war jetzt nicht Sinn der Sache. Bist du entstehen gewesen? Ja. Jetzt fährt er. So, linke Seite müsste, Vorsicht, Friendly Fire im schlimmsten Fall. Können wir den Himmel gebrauchen. So, wir drehen mal nach links bei, rechte Seite breit machen. Surprise am Deck. Surprise am Deck, bitte, bitte. Ich verstehe da auch ein Surprise. Echt? Ja. Überrascht. Surprise, nice. Überrascht auf dem Deck. Was für Munitionsform braucht der am Deck? Wir schießen ja auch wieder auf Widerwillen. Ich glaube, die rauchen das Zeug. Hast du mal keine Wurzlugel geraucht, Junge? Niemand raucht mein wertvolles Schwarzpulver. Nur der Käpt'n darf das. Kontakt auf der rechten Seite. Ich kann aber nicht aimen. Aber die Anti-Sales. Also Fire and Rill. Anti-Sales, Junge. Ja, ein bisschen links, durch links. Links, links, links. Achtung, Impact. Zwei Leute an die Pumpen. Und Fire at Will. Sobald was vor der Nase wohlgemerkt. Also das war jetzt Friendly Fire. Hat mich vertan, sorry. Oh nein, ich bin runtergefallen. Bleib stehen. Halt sofort an. Rechte Seite. Halt an. Töte dich. Okay, wir kriegen von der Galley rein. Ich fahr links um die Insel rum. Währenddessen alles nachladen und reparieren. Nö, der hat keinen Bock. Die Typen bleiben einfach in ihrer blöden Kanone stehen und stehen neben dem Loch. Okay. Spinner, ey. Niemand geht an meine Kanone. Okay, linke Seite bereit machen. Ich versuche nochmal zu aimen. Linke Seite bereit machen. Was ist hier? Ich gehe mal in die Anti-Sails, vielleicht treffe ich da. Oh, ein Fire at Will. Nicht an der Hand. Oh, wow. Alter, sechs Löcher, spinnt ihr? Ich trinke jetzt mal einen Tee. Oh. Jetzt habe ich total Angst vor diesen blöden Hitboxen. Ach, die ist da oben. Oh, du kannst nicht mehr lenken, wa? Ich mache den. Läuft er hin? Okay, gut. Er läuft. Eines der oberen Segel ist noch beschädigt. Aber ich glaube, es ist gerade noch nichts aus. Okay, wir machen einen harten Rechts-Turn. Rechte Seite bereit halten. Hart. Ah, das ist zu weit weg. Nee, das ist zu weit weg, die Jungs. Das ist zu weit weg. Wir sind schon wieder hinten, ne? 107 zu 121. Ja. Linke Seite bereit machen. S-M Dollar. An den SD. Alter, da ist ein Navy-Shill vor, Jungs. Dann macht mal her Kanonen bereit. Erstmal ein Tee Beziehungsweise ich versuche ein bisschen hinter die Insel zu steuern Zwei Leute an die Pumpen Du musst dann doch hinter der Insel Halt machen, ne? Ne, ne, warum? Hätte ich genug Zeit haben Ach, das geht Hilfe Gut, das ging ja fix So, noch Möglichkeit alles laden Linke Seite primär bereithalten Linke Seite, oh ne doch hier, linke Seite Das ist doch nix Ja, warte, warte, warte Dann tue ich noch ein Tee Okay, Wechsel auf rechte Seite Hi Das ist viel zu weit weg, du musst näher ran Äh, ich glaube, das ist weit weg Stab, stab Die sind im Moment in der Uhr bezahlt Ich versuche mal ein bisschen aus dem Weg zu fahren Mein Captain, wir müssen näher ran Ja, negativ Drei gegen eins ist nicht so cool So, wir können Meinetwegen nochmal versuchen, denen die linke Seite zu geben Von links? Ne, das ist friendly Ne, das noch eins Auf der ganzen linken Seite Quasi schon fast hinter uns Quasi schon fast hinter uns Quasi schon fast hinter uns Okay, rechte Seite bereit machen Weil ich einen Rechts-Turn mache Achso Oh, du Oh, verdammt, verdammt, verdammt Gut reagiert Schweingart Schweingart Okay, rechte Seite breit machen Ich versuche zu aimen Wir versuchen die Galleyt anzugreifen Sollte jetzt nah genug sein Sollt jetzt nah genug sein Sollt jetzt nah genug sein Okay, immer fire at will Sollt bereit Kannst du dir eine eigene Kanone suchen? Im Ernst, Alter Ich bin die ganze Zeit am Schießen Plötzlich lädt er meine Kanone und schießt Und jetzt 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 Sind die Supplies Alle Und der haut ab Bin keine neuen Der Spinner Okay, Hackkanonen Das Schiff ist quasi gesunken Ah, Mist Ich muss spiegelverkehrt denken Okay, die zwei Kleinen verfolgen uns Rechte Seite bereit machen Feuern sobald bereit Und zwei Leute an die Pumpen Linke Seite feuern sobald bereit Bereit machen für Aufschlag 13 Löcher, heilige Scheiße Und immer schön an den Pumpen bleiben Achtung, Galley von der linken Seite Wir müssen erstmal ein bisschen reparieren hier Frage ist Wo sind die ganzen Löcher? Achtung, Rahmen Was? Ich wurde in den Kopf geschossen Cool Hab ich auch schon geschafft, der gespielt Ach, nicht schon wieder Leute, Unterdeck You were shot in the head Was? Ah, ich verstehe Und dann ist man sofort tot Und deswegen Wenn ich es mit nicht verstehe Wenn wir die Pumpen schützen Warten bei den Pumpen Äh, bitte? Ich stehe genau vor ihm Junge Ist ja unfassbar, ey Unfassbar Einer ans Steuer und Volle zugegeben Hallo? Ja, hallo Was hat er da gesagt? Immer schön pumpen, Leute Pumpen, pumpen, pumpen Da ist immer noch ein Pirat Ja Ja, okay Was hat er da? Was? Keine Ahnung Nicht verstanden, was er jetzt wollte Oh, aber wir haben verloren Das ist noch Irgendwann kann ich sagen Ja Bester Käpt'n, ne? Bester Käpt'n Ah, ich rutsche immer weiter ab Mit den Plätzen Das ist nicht gut Oh Drei Kills, drei Tode Sechs Kills, sechs Tode So, dann würde ich sagen Für diese Folge War's das War's das? War's das? Genau So, dann Bis dahin Gute Besserung Und Barretz Auf Wiedersehen Genau Das auch Jo Ciao Ciao, ciao